Wie können wir die großen Themen des Lebens über den Alltag, Lebensalltag, Arbeitsalltag der jungen Erwachsenen leben? Die jungen Erwachsenen sind das erste Mal in ihrem Leben im Arbeitsalltag, also lernen einen komplett anderen Lebensrhythmus kennen und sind gleichzeitig auch voll in den großen Entscheidungen, wie gestalte ich mein Leben, was werde ich mal arbeiten. Und da ist es nicht schlecht, wenn man von Zeit zu Zeit die Möglichkeit hat, das ein wenig zu reflektieren, auch mal raus aus dem Alltag zu kommen, aus dem Arbeitskontext und auf diese Themen drauf zu schauen, dass man ein Stück weit auch Hilfe bietet, Werkzeug anbietet, einen Rucksack an Materialien anbietet, wie man diesen Alltag gut schaffen kann.